Untertitelung im Auftrag des ZDF Meta, was ist denn jetzt? Ich kriege keine Luft mehr. Und einen Fahrer brauchen wir auch noch. Wollen wir nicht mit dem Fahrrad? Ja, was denn? Und die Polizei geht zu Fuß, oder was? Wie überfällt man eine Bank? Du musst bereit sein, anderen wehzutun. Ich glaub, das kann nicht. Wir sollen das gehen. Jetzt oder nie. Halt's Maul! Das ist ein Überfall! Wenn du dich willst, dass ich dich abknalle, du Wichser, dann tust du jetzt genau das, was ich dir sage. Also komm in die Puschen, du Scheißkerl! Oder ich schieß dir in den Rücken! Du Arschloch! Dezember 2000 im Kino Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee? Im Bett. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kommt? Ja, wenigstens Eiler. Und hier hinバ scientifically?